Hallo Leute, was geht ab? Ich bin's, euer Schäppi. Willkommen auf meinem Kanal zurück. Hier im Hintergrund seht ihr die nächsten Paarungen für das 2 gegen 2 Turnier jetzt am Sonntag. Wir starten um 14 Uhr mit dem Team Venkyou gegen das Team SE7E. Wir haben ein Freilust bei dem Ganzen und zwar das Team Intercept, einfach dadurch, dass 3 Teams eben nicht angetreten sind, obwohl sie angemeldet waren. Das Ganze wird sehr, sehr spannend. Wir werden die CWL-Regeln aus den offiziellen CWL-Turnieren 1 zu 1 übernehmen. Dafür sind ein paar Extra-Einstellungen zuständig oder notwendig, weil Black Ops 3 das so nicht zulässt. Das werden wir bis dahin machen. Die Maps und die Modis bleiben aber wie bisher bekannt. Ab dem Halbfinale spielen wir nicht mehr Best of 3, sondern Best of 5. Das heißt mehr Action, mehr Spannung und ich hoffe ein geiles Ende von dem Turnier. Würde mich freuen, wenn ihr alle ein Like da lasst. Lasst gerne ein Abo da und haut rein!